Irgendwann kommt dieser Moment, wo du einfach nur noch wahllos draufschlägst. Mein Name ist Billy, wir sind hier in Berlin. Ich habe Durst und zwar Rotweindurst und ich habe keinen Öffner dabei. Ich brauche also irgendeine Möglichkeit, um den Korken rauszubekommen aus der Flasche und habe mir da was überlegt, was eventuell funktionieren könnte. Wir brauchen eine Wand, und zwar eine möglichst robuste, stabile Wand. Aber wir sind ja in Berlin, da gibt es ja doch eine ganze Menge robuste Wände. Wir brauchen einen Schuh, auch ein etwas robusteres Teil, um im Prinzip gegen die Wand mit dem Schuh zu schlagen, sodass sich der Korken aus der Flasche löst. Man muss es schaffen, dass die Flasche wirklich auf die Wand knallt und man darf keine Angst haben. Und ich habe ein Problem gerade, ich habe Angst. Ich bin aber auch durstig. Der Korken kommt so langsam raus. Und wenn es dann mal so weit draußen ist, dann glaube ich, ist es eine Einfachheit, den Wein ganz langsam rauszudrehen. Und wir haben die Flasche geöffnet ohne einen Flaschenöffner. Wir haben jetzt keinen Becher. Das ist noch eine zweite Sache, die uns fehlt. Also, was bleibt uns übrig? Wir müssen aus der Flasche trinken. Prost! Das ist total absurd. Ich habe die aufgekriegt. Muss ich Willi gleich zeigen? Prost, mal gut, so Willi. So will ich. Willi!